Das ist kein Krieg des Glaubens. Wir vertreiben sämtliche fremden Mächte aus unserem Land. Wir sind Al-Katala. Wir sind die Mörder. Ein Kampf ohne Reue. Ein Krieg ohne Mitgefühl. Nur so werden wir leben und sterben als wahrer Soldat. Echo 3-1, ein Charlie-2-Kommandeur. Kommandeur hört. Lande zu einer Entsicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich keine. Verstanden, 3-1. Hitman-Team ist bereit zum Angriff. Sie haben grünes Licht. Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Laswell. Sind aktiv. Nicht bis ich es sage. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Laswell. Schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Ursextam bringen. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe. Aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Keine Garantie, dass die russische Armee still hält, Kate. Verstanden, Alex. Find Sie das Gas, Markov Nasser und verschwinden Sie, bevor es nennlich wird. Okay, Watcher. Kriegsnebel. Ja, und damit willkommen zurück. Das heißt zurück, willkommen hier bei Modern Warfare. Verstanden, unterwegs. Zurück, ich habe die Beta halt gezockt. Wir müssen uns vereinen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Sie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov neffen. Würde sich ein russischer General nicht mehr begraben lassen. Ich höre zwei, die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Ich habe etwas gehört. Jetzt. Hey, кто hier? Wyni, покажи's. Sie sind fällig. Holt sie euch. Wir sind sicher. Verstanden. Ohne mich? Wir sind sicher. Verstanden. Wir sind sicher. Verstanden. Boah, das war ein Headshot. Echo 3.1 am Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden, 3.1. Viking hält sich bereit. Checken wir die Gegend und vergewissern uns, dass keine russische Armee da unten ist. Fahrzeug kommt durch das Haupttor. Mittelschwerer Transportlaster. Transport für das Gas. Fahrzeug bewegt sich. Patrouillenfahrzeug. Söldner. Ein Sicherheitsgefühl. Gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Wie soll der hin? Der Luftschlag. Echo 3.1, fordern Sie den Luftschlag an. Wohin denn? Ja, alles doch, CIA. Rufen Sie einen Donnerbomber. Lassen wir es krachen. To Viking 5, Echo 3.1 hier. Ungeschützte Truppen. Südtor. Freigabe zum Feuern. Roger 3.1. Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. Fünf Sekunden. Wow. Echo 3.1. Gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Achtung. Mehrere Schützen. Zu Fuß. Stamm, lasst sie näher kommen. Ausräuchern. Jetzt. Besichert. Los, weiter. Da hat wohl jemand mit dem Feuer gespielt. Es schied Ihnen recht, wenn Sie diesen chemischen Dreck verhökern. Stein, los, mit dem Feuer�gezwitsen. Ja, richtig so. Die haben Funke, Rettung, Waffen. Erlöst sie von ihrem Elend. Gib ihnen den Rest. Wie naher Zombie-Mode oder was? Eingang. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Nicht mehr, ja. Bleibt wachsam. Wir sind hier blind. Geht das nicht. Ja. Ausrücken. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Er haut auf. Habt Lichtkontakt. Geht los jetzt. Lade nach. Schau. 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 Sie sind Messen. diesen aufstützen muss ich mal gucken, ob ich das beibehalte es ist sicherlich cool weil dadurch die Waffe ruhig gehalten wird aber das Movement ist eingeschränkt bin ich halt so nicht gewohnt ja, wo müssen wir dann hin, Leute? seht ihr selber, er dreht sich automatisch dran aber ich gehe komplett blind ins Game oh, nein, sorry ey, der hat mich geschubst ah, das war kein Sperrfeuer ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ah, ne, mit diesem Aufstützen gefällt mir so null. Gut. Äh, müssen wir ausstellen. Vorerst müsste ich mich reinspielen. Habe ich nur in keinem Game gehabt bisher. Sind das meine? Habe ein Südseite. Roger, ich sehe sie. Gebt ihr einen Granat. Boah. Aha. Ja, okay. Achte auf sein Licht. Bewegen, wenn er wegdreht. Hey, gib den Echo. Versteht dich. Oh, die ist aber viel zu hoch geflogen, glaube ich. Vollmantelgeschoss, Digga. Okay, bad. Wo? War das meine? Jawohl, jetzt aber. Die Nails fliegen echt weit. Das wird extrem krass, was dann bei den Multiplayer-Matches abgeht. Gerade so wie Search and Destroy. Heißt, glaube ich, anders hier mittlerweile. Ach, das waren Gegner. Zu spät, zu spät. Könnten Chemikalien drin sein. Masken auf. Boah, okay. Ich wollte schon sagen. Auf geht's. Was zum Teufel? Wir haben den Strom abgestellt. Nicht an. Hier nach. Nee, nicht Taschenlampe. Habe ich kein Visier? Nachtsicht, Nachtsicht, Nachtsicht. N. Okay, da hat echt nur eine Taschenlampe dabei. Na gut, Nachtsicht logisch. Ich habe ja eine Maske auf. Da geht ja nicht Nachtsicht direkt rüber. Boah. Das war gruselig, irgendwie. Hätte ja klappen können. Er ist erledigt. Aber geile Atmosphäre bis hierhin. Wie man es von Modern Warfare kennt. Aktivität auf dem Steg. Ja, die Verhörter haben wir auf dem Steg. Habe aber auch mal eine oben. Boah. Mit dieser Sicht ist echt krass gemacht. Da war er. Alter, mit dem Nebel. Das ist so geil. Mit dem Rauch besser gesagt. Und... Oh, das ist so richtig gut. Richtig gut. Das ist so geil. Das ist so geil. Alles gesichert. Schalten wir den Strom und das Licht an und finden dieses Gas. Roger, 3-1. Suche. Hint ran. Aber Stromfälle. Sorgt für Strom. Findet das Gas und dann weg hier. Lichterarm. Wo bin ich da? Hey! Wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee. Oh. 3 Handsome, Watcher. Barkovs Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier weg. Negativ. Das Kommando will die Mission beendet sehen. Ist nicht unsere Entscheidung. Ist das ja nie. 3 Handsome. Nehmen wir nach, was das ist, weshalb wir hier sind. Wir machen die Last verstand klar. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden. 3-1. Einpacken und zurück zur Basis. Ey, wo soll ich denn hin? Ach so, das sind meine Leute. So viele sind wir jetzt noch. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht. Anladestation. Wir sind unterwegs zur Evakuierung. Sichert eure Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Ja, komm. Oh, hör. Oh, hör. Oh, hör. Oh. Watcher an 3-1, wir bekommen. Alex, auf den Weg. Over. Ich hoffe, ich hoffe, 3-1. Ich hoffe, ich hoffe, 3-1. Ich hoffe, ihr habt. Oh, hör. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt. Amitabh. Möte mich da, Arak. Bara! Arak, Arak, Arak! Arak, Arak! Echo 3-1 an, Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ender. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team for off. Das ist nicht ratsam. Und Sie entscheiden das nicht. Colonel. Laszlo. General. Meine Leute... Morris. Sie können wegtreten. Ja, Ma'am. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt auf Schwarze Meer. Und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Laszlo. Fixen Sie's. General. Informationen sind unsere beste Waffe. Informationen haben wir schon versucht. Finden Sie eine bessere Waffe. John. Maswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich hab ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Planeten. Und das Briefing.